Willkommen zurück zu Let's Play DuckDales Remastered Ich hoffe mal, ich krieg das mit der Audio jetzt schon wieder hier Ich muss das Ganze, ich versuch das Ganze jetzt mal ein bisschen lauter aufzunehmen Und danach vor dem Rennen noch mal alles leiser zu stellen Aber scheiß drauf Wir machen einfach das nächste Level und versuchen weiter zu kommen So auf nach Transylvanien Pack your bags, boys We're off to Transylvania And we're no coming back without the coin of the lost realm Sehr schön Ich bin gespannt Ein Dancing Skelett This is it, kids Draculesty Manor Home of the legendary Drake von Vladstone Heir to the coin of the lost realm Boy, it's kind of creepy out here, isn't it? Uh, Uncle Scrooge We're not gonna break into this guy's house, are we? Of course not, Louis This castle has been abandoned for centuries Hey, look at this The Junior Woodchuck Guidebook says Drake von Vladstone was best known by his nickname Count Dracula Duck Is there really a monster in there, Uncle Scrooge? Aw, don't be silly, Webby Yeah, there's no such thing as Dracula Right! Uh, he is right, isn't he, Uncle Scrooge? Of course he is, Louis Vampires, Banshees and mischievous spirits are just a lot of superstitious hocus-pocus But you'd better stick close to me, just in case Wir gehen aber erst gleich rein Ich möchte vorher mal hier draußen gucken, was da abgeht, warte Ob wir hinten vielleicht noch, aha, weil es geht noch weiter Ich bin gespannt, was da zu sehen ist Ja, okay Wir haben nochmal, guck mal, die ersten 50.000, nur wegen einmal zurücklaufen Alter, der Sound ist so laut, ich verstehe mich selber nicht Wir haben uns erst mal dran gewöhnen Mal hier Blitz-Effekte, guck euch mal hier Blitz-Effekte an Schon ziemlich geil, muss ich sagen Und los geht's, würde ich sagen, oder? Was sind das für Grafik-Bugs? Hallo? Ich werde mit dem Schraubchen zurück in kein Zeitpunkt Was ist das für Grafik-Bugs, da hin? Was zur Hölle? Was ist das? Was ist das? Wir sind da hin, oder? Wir sind so Clear. Ich zeich, wo ist das nicht in die Schraubchen jetzt? Wait, wait, wait Wimmy! Oh no! Huey! Tuey! Loewy! Ist das bei der Box genau der? Willst du die Leute rauskennen? Achso, alles wird sicher klar, meine Darlene Weib hier, ich komme wieder mit den Läden Lickety-Split Alter, ist die Musik geil, wieder mal Loll, sag jetzt nicht die Augen verfolgen wirklich ein Die Augen verfolgen ein Geil Alter, ich hab eigentlich, war eigentlich stärker, ist ja egal Doch ist ein Spiegel Okay Unendlichkeit, die macht sein mit mir Da ist ja gar nichts Hammeröde So, erstmal ein bisschen hier sammeln Komm, ah Wir wollen doch noch aus dem Herzen kontinuieren Alter, warte, wo müssen wir eigentlich hin Ja, ich würde sagen, wir gehen mal die ganze Zeit immer gerade aus Au, au, au Ja, erstmal noch eins auf dem Maul zu fahren Und schlussendet wir jetzt raus Ghost Hallo Alter, rucklau Da, warte, du Alter, ich liebe, ich mag dieses Level jetzt schon, ey Voll geil Auch die Musik Wie gesagt, hört doch die Musik Die Musik ist so richtig Premium Hier sammeln alles Und jo Fix, okay Da haben wir gar nicht hier leben Okay, es ist dunkel Und runter Meins Meins Oh, aua Da hab ich mit dem Arsch aufgespießt Okay, was kommt jetzt? Da ist so ein Hexenloch Da werden die Hexen immer verbrannt Ein Panta-Knacker-Geist Ich bin sass Okay Ja Tschüss Hey, that wasn't a ghost at all It was a Beagle Boy in disguise Trying to beat me to my treasure, no doubt But it'll take more than just an old bed sheet And flower dust To frighten off Scrooge McDuck Look, Uncle Scrooge That Beagle Boy dropped something It's an old piece of paper Twist me, tartan It's an ancient rune You mean, like a magic spell? Aye, lad At least part of one Gee I wonder who tore it into pieces We'll worry about that later Right now I want you to head to the front door And wait for me I'll be back once I've found the treasure Off you go, lad Und weiter geht's Einer hat er gerettet Aber es fehlen noch zwei Ich gehe jetzt aus dem Fall Ich gehe jetzt aus dem Fall immer geschickt an Weiter So, die haben wir trotzdem bekommen Sehr schön Genau, ich darf uns mal aufpassen, was wir machen Waka waka, waka, it's a treasure Hier ist ein Spiegel, was macht der? Ach, da kann man durchgehen Ah, jetzt kommen wir hier raus Okay Okay, jetzt gehen wir erstmal dorthin Mal schauen, was das nächste Ding guckt Das wäre ja auch irgendwann sehr... Ein Shop Mal gucken, ob er die Millionenflamme kommt Okay, da hinten wartet direkt der nächste Das nächste mit Bart und Sturbad Oh Warum fängt dein Pogo nicht raus? Ich hoffe nur, es bleibt bei einem Geist Nicht, dass nachher noch mehr kommt So Well, I guess you found me out Oh, well You guys got any lunch? No Okay, okay You don't gotta be all touchy about it See ya Aw, that guy gives me the heebie-jeebies He was starting to look at me like I was lunch Well, next time he'll think twice before scrapping with Scrooge McDuck Speaking of scraps, he dropped this Huck at Scrooge Ah, it looks like another piece of that torn up sorcery Uh, say what? A magic spell And it's nearly complete Just one piece left to find If only I knew where to start looking Well, that Bungle boy did say this house has an illusion wall Do you think he meant... Of course, a secret passage Oh, no wonder I haven't so much trouble finding anything around here Good lad Now, off you go I need you to wait at the entrance with the others So That's right That's right That's right That's right I let's go You who don't have a picture Now I can really watch So Warte ganz kurz, Geist Äh, es kann auch mal hier so weitergehen Oder auch nicht Alter, ich hasse die Geister jetzt schon Ich hab keinen Bock mit denen zu kämpfen So, äh, wir müssen jetzt weiter nach da Oh mein Gott Frank, Ätze Frank, Ätze Frank, Ätze Nein, egal, weiter Ho, gut Ich hab keinen Bock, äh, ich bin Nummer 1 bei Bakkenvillen Let's get ready to rumble Dann schaffen wir doch Genau so machen wir das Äh, wir müssen uns eigentlich hoch Aber auf die Gimmahmetern verdammt Ja, ich hab keinen Bock, Mad-Medic Oh, Herz-Container Und schon mal 5 Herz So geht's Sehr gut Und noch Robin Da füllt uns der Spiegel hin Ich bin mal gespannt Nach draußen Oh, jetzt können wir Achterbahn fahren oder was Yay Okay, die Scheuerung ist genauso wie normal Ich brauche noch die Million Komm, die Million knacken wir Das schaffen wir Ja Nur noch 80.000 Oh Aber ich bin wirklich noch keinmal gestorben Also das müssen wir immer noch So beibehalten Aber wir sind schon da Ja genau, ob die Arsch auf zwei Geister oder was So beibehalten Fuck Oh Alter But You should Come here, du Panzerknacker Au, au Warm, Junge Not so tough without your army helmet, eh? Wait till the gang in Sing Sing finds out you were knocked flat by an old guy and his cane! Thank you, lad. Yeah? Well, you better be careful where you go poking around, McDuck, or you's gonna have much bigger problems than me. So long! Now, what do you suppose he meant by that? Ach, it doesn't matter. Quick lad, see if there's a scrap of paper lying about. Uh, you mean like this one, Uncle Scrooge? Exactly! This is the last piece of the riddle! But what to do? That's what I'm about to find out. Quick lad, go meet Webby and the others at the entrance. And all of you, stay put! Oh, that's my Minecraft-Bahn. Da fahre ich gerne mit. Yeah! Aua! Unser erster Tod! Sehr schön! Das hab ich sehr schön hinbekommen! Und schnappelt die Minecraft-Bahn an die... Haben wollen! Wo ist eigentlich Frieda? Die vermisse sie. Aber wir haben gleich die Million. Und... Kommt noch einer! Das wird eigentlich Spaß machen. Mr. Bigley, ist das dich? Es ist sicherlich. Warum, einfach mal an all diese Cobwebs. Aber dieses Ort könnte eine Frau nutzen. Du bist immer so gut wie du willst, mein Lieber. Was ist das? Das Geheimnis? Das Geheimnis? Gott, ey! Okay, warte mal, willst du nicht hier so? Ich will die Kiste haben. So. Und? Nein. Los, komm! Tja, komm! Au! 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 Ach komm, kein Bock mehr! Wir wollen dafür ja keine Stunden aufbrauchen! Wir wollen ja hier keinen Stunden-Part haben! Oh! Hier ist meine Kuddles! Der ist eine Kuddlese! Ich habe gar nie gesehen wie dieser Kuddles! Auch hier! Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das? Part of the spell matches the inscriptions on this mirror. Look of the ducks! I solved the riddle! What riddle, Unka Scrooge? Boys, I thought I told you to stay with Webby. They did stay with me, Unka Scrooge. I'm right here. Oh, what a pretty mirror. Hey, lass. And if I'm right, using this spell will reveal the foul perpetrator behind all these shenanigans. Dunkel Gaukelei. Magica Dispell. Oh, I should have known you behind this. Oh, Scroogey, my old friend. What garden party? The one I will throw in celebration when I get home with lost coin. So long, fools. Gee, she is a very nice. You said it, Webby. All right, you can stay here. I'm going to track down that witch and give her a piece of my mind. And now, let's do it. And now, let's do it. Now, let's do it in the... Blast. Keine Musik? Okay. Keine Musik. Cool. damit kann ich leben es war mal öde aber okay ich will nicht mit euch geist anleihen ich will hier zu grün da war ein roter jetzt besägen wir dich es ist mein Alter wo Alter was macht die da wo wo was jetzt was jetzt scheiße wie geht die denn da wo haben wir wo du hast keine schaden hunde leider erkennt ich jetzt nicht was sie machen okay so kann ich ihnen keinen schaden zu okay das andere muss alles noch angewöhnt wo Alter 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 wie geht die denn ab jetzt ruhig ruhig wie geht die denn ab Alter ist gut die hat ein bisschen Steroide genommen okay die macht da doch so eine Attacke das muss ich mir nächstes vermerken du bist voll gut Alter wie brutal ist die die es geht ja nur nicht ab so die muss doch bald down sein so und jetzt weichen wir ihre Attacke aus und so geht ne war 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 last is inferior mirror and beam spells is last time i shop for spell ingredients at this cold store you haven't seen last of magic at the spell you may have coin of lost realm but your number one dime will soon be mine Ja, dann kommt's gut! Meins! Meins! Das gehört nur mir! Mir alleine! Geschafft, Trololol. Inhalt wird gespeichert. Bitte System nicht abschalten, ist leer. Money! Kann man auch schneller machen, hier und Sonja. Hacke! Do you think Magica will keep out of our way now, Aka Scrooge? It's hard to say, lad. Folks like her have a way of popping up at the most inconvenient moments. Well, when it comes to Magica, there's no such thing as a convenient moment. Too true, Louie. Now then, where to next, lads? Gut, aber leider machen wir jetzt ganz kurz einen Cut. Oder... Wir sehen uns dann direkt zur nächsten Folge. Dann machen wir jetzt ganz kurz zu Let's End. Style-Dicht-Amschon-O. Tschüss! Und bis zum nächsten Mal, euer FireTube LPs. Haut rein! Hm... ... 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